Apple stellte am gestrigen Montag seine neue, revolutionäre Brille Apple Vision Pro vor für 3.500 Dollar. Die Apple Vision Pro ist ein High-End-Gerät mit 12 Kameras, 5 Sensoren und 6 Mikrofonen. Interessiert uns das hier wirklich bei der Chart-Analyse? Nein, es interessiert uns überhaupt nicht. Was uns interessiert, ist, dass Apple gestern am gleichen Tag, wo es die Vorstellung der neuen Produkte gab, auch ein neues Allzeithoch ausgebaut hat. Wir schauen uns ganz genau an, was ist die weitere Entwicklung für Apple. Ich habe Ihnen aber noch viel, viel mehr mitgebracht. Ich zeige Ihnen die Gesamtperformance des Tech33 Aktienpakets, unserer 33 Tech-Werte, die wir analysieren, wo wir richtig lagen, wo wir falsch lagen. Los geht's! Herzlich Willkommen! Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mit sehr, sehr viel Mehrwert, einigen Charts, einigen Informationen. Deswegen hören Sie bitte ganz genau zu. Es ist von Anfang bis Ende eigentlich vollgepackt mit Dingen, die relevant für Sie sein könnten. Wir sprechen einige Titel durch, die sehr interessant sind, die regelrecht explodiert sind, aber auch manche, die abgefallen sind, also vom Wert etwas nachgelassen haben. Viele Leute denken ja immer, alle Tech-Werte steigen auf einmal, alle DAX oder alle DAO-Werte steigen oder fallen auf einmal. Nein, das ist nicht so. Es ist zwar in der Mehrheit bei einem Gesamtanstieg so, dass quasi zwei Drittel der Werte ansteigen, aber ein Drittel auch immer abfallen. Und es kommt eben dann auf die Chartanalyse, die richtig angewendete Chartanalyse an, das Ganze aufzuteilen, richtig einzuschätzen, die richtigen Positionen zu setzen, auf Long, also steigende Kurse zu setzen, als auch auf Short-Positionen. Wenn Sie etwas zurückgeben wollen, können Sie gerne machen. Lassen Sie dem Video bitte ein Like da und gerne auch einen Kommentar. Wir starten direkt mal los. Zwei Charts zeige ich Ihnen von Apple, bevor wir dann zur Gesamtperformance der anderen Titel gehen. Ja, Apple, was ist die Situation? Hier gerade mal auf dem Zwei-Stunden-Chart zu sehen. Sehen Sie hier links oben 2H, also jede Kerze repräsentiert zwei Stunden. Das sind aktuell alles Charts aus dem Tech 33 Aktienpaket, das Sie bei uns buchen können. Da gibt es ein ganz klares Positionsmanagement, zeige ich Ihnen jetzt auch gleich. Also exakt, wo steigen wir ein? An Sie kommuniziert per E-Mail, als auch im Login-Bereich. Wo steigen wir aus? Wo setzen wir einen Stop? Wo ziehen wir den Stop nach, um uns abzusichern, um Teilgewinne mitzunehmen? All das gibt es. Und dann gibt es noch die Zielzonen. Das ist für mittelfristiges Trading, also mal 1, 2, 3, 4 Wochen Einstieg. Long und Short, also auf steigende und fallende Kurse. Und darauf gehe ich jetzt im Detail später ein. Das nur nebenbei erklärt. Wir schauen uns jetzt das Ganze an. Also, was ist gestern passiert? Oftmals genauso zu Ereignissen, fundamentalen Ereignissen kommt es noch mal kurz zu einer Extraportion Volatilität. Wir haben ein All-Time-High erreicht. Hier bei Apple übrigens der Ticker AAPL kann man hier sehen. Ein neues Allzeithoch. Und dann ist es aber genauso. Was kommt danach? Erstmal eine ordentliche Gegenreaktion. So, was ist unser primäres Szenario, welches wir jetzt erwarten? Also, grundsätzlich einmal, wir gehen davon aus, dass im primären Szenario wir hier noch mal eine Abwärtsbewegung sehen, bevor wir hier ein neues, deutliches Hoch sehen. Also nicht nur ein marginales Allzeithoch, sondern ein deutliches. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, das ist hier, das ist aber unsere alternative Erwartung, das möchte ich ganz klar sagen. Das ist die Alt-3. Also die Alternative 3 würde bedeuten, der ganze Account wäre wie folgt. Seit der letzten Zielzone im Januar die 1. Dann hier die 2. am 2. März ausgebaut. Und jetzt eben hier am 5. Juni die 3. Und dann würden wir jetzt hier noch mal in der Gegenbewegung in der 4 hochkommen, um den gesamten 5-Teiler zu beenden. Und würden hier noch mal etwas weiter hochkommen in dem Bereich von 200 Dollar, um die 5 zu beenden. Das ist aber nur die Wahrscheinlichkeit zu 37%. Primär gehen wir aktuell davon aus, dass wir jetzt hier eine größere Gegenbewegung sehen. Und zwar in Richtung des bisherigen Zwischentiefs. Das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar vom 2. März. Da haben wir die 143,60 Dollar angelaufen. Das gilt jetzt hier als starke Unterstützung. Deswegen eine rote Linie mit einem Pfeil nach unten. So, primär gehen wir also davon aus, dass der Markt hier runter kommt. Und jetzt zeige ich Ihnen den nächsten Chart, um Ihnen dann das weitere Bild zu geben. So, das wäre diese Bewegung hier runter. Sie sehen es noch mal in Richtung der 143 Dollar von der X in die Z. Das würde den Abschluss der 4 bilden. Das andere Szenario, welches ich Ihnen gerade gezeigt habe, das Alternative, würde bedeuten, Wir kommen hier, wie gerade schon gesagt, etwa in den 200 Dollar Bereich und würden dann eine große Korrektur abschließen. Jetzt sehen wir die Sache so, dass wir hier runter kommen, um dann hier noch mal ein neues Hoch auszubauen. Und es wäre durchaus opportun, hier noch mal eine Kaufgelegenheit zu nutzen. Also in diesem Bereich werden wir sehr wahrscheinlich zum einen eine ganz normale Kaufzone hinterlegen für die mittelfristigen Trader, um diese selbstständig zu traden. Warum? Wir hätten dann hier das Potenzial von über 40 Prozent. Ist es korrekt, was ich hier sage? Ja, leicht über 40 Prozent. Die große 3 kann sich dann natürlich auch extendieren, wohlgemerkt. Ja, es könnte durchaus noch etwas höher laufen, aber ungefähr 40 Prozent. Und wir werden sehr wahrscheinlich dann auch einen Trade rausgeben an die Tech33 Abonnenten und diesen ganz klar kommunizieren. So, das mal unser aktuelles Bild. Wir gehen also davon aus, dass wir jetzt primär eine Korrektur starten, hier runter kommen. Wir werden dann hier zum einen einen Einstieg bekannt geben, wenn wir hier unten angekommen sind. Wir werden auch eine weitere Kaufzone hinterlegen. Also beide Möglichkeiten, um einmal ganz konservativ mit uns einzusteigen oder aber auch mittelfristiger zu traden, um dann hier ungefähr 40 Prozent mitzunehmen. So, das mal nur zur Erklärung. Ganz kurz mal jetzt auf die weiteren Werte eingehend, die wir analysieren im Tech33 Aktienpaket, hier gerade mal eingeblendet. Können Sie gerne anhalten und sich mal anschauen. Da wissen Sie ganz genau, welche Werte wir auf regelmäßiger Basis, jeden Tag gehen Mails raus, welche Werte wir hier analysieren und wo wir die Einstiege, Ausstiege als auch Positionsanpassungen benennen. So, als nächstes mal ganz kurz hier im Dashboard, das ist auf unserer Seite www.hkcmanagement.de, hier die aktuelle Tech33 Performance. Das sind die Einstiege, die wir vorgeben. Da wollte ich nur mal kurz was zeigen. Da sind wir aus Nvidia ausgestiegen mit 70 Prozent Gewinn, haben einen ordentlichen Teil des letzten Anstiegs nicht mehr mitgenommen, muss man klar sagen. Aber wir hatten uns hier damals abgesichert, wir gingen davon aus, dass die Gegenbewegung etwas früher startet und haben dann eben immerhin 70 Prozent mitgenommen. So, das sind die anderen Positionen, die Sie hier sehen können. Palantir, Tesla, Block, wir sind an sich nur noch mit 3 aktuell im Minus und das auch nur recht knapp. Hier sind es bei Amazon nur noch 1,56. So, was ich hier ganz kurz zeigen wollte, war Apple, wie besprochen, die letzten Einstiege, die wir getätigt haben. Wir sind aktuell mit 5,61 Prozent Allokationsanteil unseres Gesamtportfolios bei Apple investiert und wir sind aktuell mit 37,25 Prozent im Gewinn. Und auch hier, um das mal kurz zu zeigen, Palantir, Palantir war ein Titel, da haben viele rumgeheult, oh Gott, furchtbar und sie haben hier in den fallenden Markt reingekauft. Wir haben eben immer wieder aufgestockt, weil wir glauben an Palantir, weil wir das charttechnisch für einen sehr, sehr interessanten Titel mit viel Potenzial sehen. haben hier insgesamt eine Gesamtallokation von 17,84, das ist also gemessen am Gesamtportfolio unsere größte Allokation und sind aktuell damit mit 46 Prozent im Gewinn jetzt. Da hat sich der Wind sehr schnell gedreht. So, und jetzt kommen wir direkt zu den Einstiegen, zu den mittelfristigen Trading-Einstiegen. So können Sie das Ganze nämlich bei uns auch nutzen. Das ist hier immer die letzten zwei Monate, April und Mai, die wir jetzt berechnen und dann am Ende kumuliert seit Jahresbeginn die Gesamtzielzonen, die wir haben. Wenn ich einen Treffer lande, also wenn die Analyseabteilung, wohlgemerkt, das mache nicht ich, das macht unsere Analyseabteilung, wenn die einen Treffer landen, wir also ein positives Ergebnis aus einem Trade haben, dann wird ein blauer Daumen hinterlegt. Wenn wir falsch liegen, wenn also eine Zielzone durchschlagen wurde, der Stopp wurde also gerissen, wir sind ausgestoppt worden, dann hinterlegen wir hier im Chart einen grünen Kackhaufen. So, und am Ende können Sie ganz klar sehen, was die aktuelle Performance ist, die anteilig bemessen wird zwischen getroffenen und nicht getroffenen oder durchschlagenden Zielzonen. Also, erster Wert, den wir uns anschauen, das ist hier in der Zielzone, die schauen wir uns nicht an, weil das sind aktive Trades jetzt gerade, da hat sich es noch nicht entschieden. Der erste Wert getroffen ist AMD, ist Advanced Micro Devices. Da hatten wir hier im Mai, wie Sie sehen können, wir schauen uns April und Mai an, hatten wir eine Zielzone hinterlegt, wenn der Markt also reingeht, kann man hier direkt einen Long-Einstieg tätigen. Am besten ist es natürlich, man tätigt diesen als Limit Order, man gibt es also schon vorab ein, dass die Kaufposition automatisch getätigt wird, sobald wir hier reinkommen. So, was ist seitdem passiert, wenn wir es vom Tief aus sehen? Innerhalb der letzten Tage, muss man sagen, es ist ja gar nicht so lange her, bis zur Spitze, Entschuldigung, das muss ich mal ganz kurz wegziehen, so, dann kann man es besser sehen. Nochmal, bis zur Spitze 63% aktuell, wenn wir uns das ganze weitere Szenario jetzt anschauen. Das ist hier die letzte Zielzone, es gab auch damals schon eine im Oktober, die hat auch sehr gut gegriffen und sind wir hier in die nächste Long-Zielzone reingegangen. So, und jetzt sehen Sie schon, ich ziehe das mal zur Seite hier, wir haben hier eine weitere, die wird im Verlauf des Kurses in Zukunft noch enger gemacht, noch klarer definiert, aber aktuell ist es eben so, wir gehen davon aus, dass wir hier grundsätzlich eine WXY-Formation haben, hier in eine B reinlaufen, eine B bedeutet, dass wir hier im Anschluss noch mal eine tiefe Korrektur sehen sollten. Das heißt also, wir würden definitiv unsere Positionen, die wir jetzt hier gekauft haben, innerhalb dieser Zielzone, man kann sich hier direkt am 88,700 Fibonacci bei 152 Dollar für AMD, Advanced Micro Devices, als Verkaufszone nutzen. Also, sobald der Markt hier reinläuft, werden wir sehr wahrscheinlich die angelaufenen Gewinne bis dahin, das müssten dann roundabout 80 Prozent sein, werden wir sehr wahrscheinlich, das greife ich jetzt mal vor, hier rausholen, damit wir neue Liquidität generieren für neue Einstiege und dann werden sich neue Einstiege geben und da können Sie dann wieder einsteigen. Also, weiter geht's. Nächster Wert, den wir uns anschauen, ist Booking und Broadcom. Sie sehen, durchschlagen, durchschlagen, das waren also zwei Fehlschläge bei Booking und Broadcom. So, einmal der Ticker BKNE, Booking Holdings. Sie sehen es schon hier, der kleine grüne Kackhaufen ist hinterlegt. Warum? Wir hatten hier eine Zone hinterlegt, von der wir davon ausgingen, dass die Trendwende nach unten erfolgt, also der Markt sollte von dort aus fallen. Das hat er ganz offensichtlich nicht getan. Wir setzen den Stop immer jeweils, ob wir Long oder Short sind, 1 Prozent unter oder über die Zielzone. Bei einem Short müssen wir es natürlich 1 Prozent über die Zielzone setzen. Und Sie sehen schon, der Markt ist hier deutlich, wenn man es hier dann sieht, deutlich über 1 Prozent über die Zielzone angestiegen. Somit ist man ausgestoppt worden und somit ist das ein Fehlschlag und wird so gewertet. Kurz zur Erklärung, warum haben diese alten Zielzonen, warum sind die alle ausgegraut? Das gilt in der Art Analyse unserer Märkte als Zeichen, dass diese Zielzone nicht mehr aktiv ist. Wenn die nicht mehr aktiv ist, zieht man direkt den Stop auf den Entry. Eine nicht aktive Zielzone ist beendet. Sie sollte nicht mehr zum Handel genutzt werden. Eine aktive Zielzone hat eine andere Farbe hier, je nach Count, also nach Wellenzählung eine Farbe und hat hier immer an der Seite Oberkante und Unterkante der Fibonacci-Zielzone, damit Sie sich daran orientieren können. So, wir gehen also davon aus, dass der Markt hier etwas höher jetzt sein finales Hoch ausbaut, die B und dann tiefer runter geht. Schauen wir uns das Ganze jetzt an. Das ist jetzt etwas rangezoomt, nach wie vor der Booking-Holdings-Chart, 2-Stunden-Chart. Wir haben gesagt, hier oben wahrscheinlich beendet worden, kommt jetzt hier runter. Aktuell wieder Anstieg, sehr wahrscheinlich in diese Zone hier eben rein, bei Booking. Und wir gehen davon aus, dass wir aus dieser Zone heraus dann wieder ordentlich fallen werden. So, als nächstes schauen wir uns Broadcom an. Broadcom hat den Ticker AVGO. Sie können übrigens gerne mal ein Feedback geben, ob das gut ist, wie ich das gerade erkläre, ob es transparent ist, wie ich es erkläre. Und lassen Sie gerne einen Like da und unterstützen Sie das. Dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgezogen. So, Broadcom, ähnliches Spiel. Wir gehen davon aus, dass der Wert hier dreht und nach unten abverkauft. Das hat er ganz offensichtlich nicht gemacht. Er ist jetzt hier, als die letzten Tage und Wochen die Tech-Titel massiv hochgegangen sind, hat es den einfach wie Butter durchschnitten, unsere Zielzone. Das heißt, 1% darüber ist man ausgestoppt worden, ganz klar. Und deswegen ist der grüne Kackhaufen hinterlegt. Die aktuelle Zählung ist eine 3 runter auf die 4. Wir sind jetzt hier gerade schon. Man sieht das ja, das war nur ein Spike hoch. Seitdem kommen wir runter. Wahrscheinlich schließen wir jetzt demnächst hier die 4 ab. Würden dann nochmal hier hochkommen. Und von dort aus gehen wir davon aus, auch da, dass unser eigentliches Szenario eintrifft und der Markt stark korrigieren wird. Er hat halt nochmal einmal hier stark übertrieben. Da zeige ich Ihnen auch gerne noch den anderen Chart. Das ist jetzt der Daily Chart. Wenn wir uns das hier anschauen, das ist übrigens eine alte Zielzone hier noch aus dem März. Das ist hier die aktuelle. Wir gehen also davon aus, dass es hier eine große 1 abschließt und wir dann eine ABC-Korrektur haben werden. Bedeutet, das wird eine mehrjährige langfristige Korrektur bei Broadcom. Das ist unser aktuelles Szenario. Wir sehen diesen Wert dann auf Sicht der nächsten wahrscheinlich ein bis zwei Jahre runter korrigieren. in einen Bereich von ca. 300 Dollar. Das ist jetzt noch zu früh, um das final genau zu deklarieren. Aber aktuell wäre das eine Korrektur von weit über 50%. Dazu werden wir dann wahrscheinlich auch, wenn wir hier reinkommen, abwarten noch eine Zielzone hinterlegen, um den Markt zu shorten. Also auf fallende Kurse zu setzen. Wir machen das mit einem CFD-Broker. Das kann man natürlich auch als Leerverkauf tätigen bei einem Aktienbroker. Wir nutzen jedoch gerne CFDs, weil wir da mehr Liquidität haben und auch einfach direkt den echten Markt, also die echten Preise handeln. Wenn Sie dazu Fragen haben, welchen CFD-Broker wir da nutzen, schreiben Sie uns gerne kurz eine E-Mail an die info at hkcmanagement.de. Wir teilen es Ihnen dann gerne mit. Wir machen hier aber keine Werbung. Also, nächster Wert, den wir uns anschauen, ist Coinbase. Und dann schauen wir uns Fiserv an, um hier mal etwas schneller durchzukommen. So, Coinbase aktuell jetzt gerade wieder in die Zielzone rein. Dies ist aber schon abgeschlossen. Das wurde auch so kommuniziert an die Abonnenten. Man sieht das hier an der ausgegrauten Zielzone. Auch hier mal ganz kurz gezeigt. Vom Tief her waren das 25%. Wenn man hier aber ganz normal an der Oberkante eingestiegen ist, wie ich es immer sage, dann sind das hier über 10%. Es sind 13,32%. Da hatte man also locker die Zeit, den Stopp hier nachzuziehen. Wenn man hier also nochmal reingekommen ist, ist man jetzt ausgestoppt und kann sich selbst überlegen, ob man hier nochmal reinkommen möchte bei Coinbase. Unser Ziel, ganz klar, ist ja, dass wir hier von der 2 in die 3 hochkommen. Also nochmal deutlich höhere Ziele. Und ich werde das gerne mal machen. Schreiben Sie es mal rein, wenn Sie das wollen. Demnächst zur Bitcoin- und Ethereum-Analyse wieder Coinbase dazunehmen. Denn das ist ein Titel mit immensem Potenzial auf der charttechnischen Seite. Das hier ist ja nur ein Untercount. Also wir gehen im Anschluss die nächsten Jahre davon aus, im nächsten Bullenmarkt zum Klimax des nächsten Bullenmarktes der Kryptowerte, dass Coinbase hier noch massive Anstiegschancen hat und viel Potenzial nach oben. So, nächster Titel, den wir uns anschauen, Fiserv. Auch mal hier interessant zu sehen, für die Leute, die es zum ersten Mal sehen. Es gibt also nicht nur Long-Positionen, also wie hier auf steigende Kurse, sondern wenn der Kurs von unten reinläuft, sagen wir, wir gehen davon aus, rein auf Basis unserer Elite-Wellenberechnungen, dass er in dieser Zielzone fallen muss. Sie können alle sehen, genau das hat er getan. Er ist gefallen, wenn wir uns das anschauen. Aktuell, wenn man hier einfach auf der Unterkante reingegangen ist. Bisher hat der Kurs im Max etwas über 8% abgegeben. Sie sehen es schon, wir gehen davon aus, dass wir hier eine ABC-Korrektur ausbauen. Wir haben auch schon die nächste Zone hier hinterlegt. Das heißt, wer den Short hier genutzt hat, könnte dann hier im Bereich der 95 bis 77 Dollar den Verkauf tätigen. Würde bedeuten, man hätte dann hier von Oberkante zu Unterkante circa 20,55% ungehebelten reinen Kursgewinn mitgenommen. Aktuell, wenn die Leute jetzt wieder fragen, soll ich jetzt da noch rein? Nein, man geht nicht im Nachhinein rein, weil der Kurs ist jetzt schon gelaufen. Wo man noch reingehen könnte, ist im Bereich der B, also nach Abverkauf nochmal hier hoch und dann quasi diese Zone hier nutzen, um reinzugehen. Da würden wir dann aber noch eine weitere Zielzone hinterlegen und diese dann auch mit den Abonnenten kommunizieren. Da muss man warten, wie weit kommen wir jetzt in der A runter, um dann die B korrekt berechnen zu können. Wer hier drin ist, sollte auf jeden Fall schon mal seinen Stop auf den Entry ziehen und sich damit komplett absichern, kann keinen Verlust mehr mitnehmen. So, das waren jetzt also Coinbase und Fiserv, zwei Treffer. Dann stehen wir hier bei Microsoft in der Zielzone, den zeigen wir nicht, aber wir zeigen hier Netflix. Netflix war auch ein Trade, den wir getätigt haben und zwar haben wir gesagt, wir gehen hier short und gehen dann davon aus, dass wir hier eine A, B, C haben in die nächste zwei Reihen. Also auch hier, wo wir jetzt hochgegangen sind, werden wir wahrscheinlich demnächst eine weitere Zielzone setzen. Wir sind hier nur noch nicht sicher, ob hier nicht das alternative Szenario zu 32% eintrifft. Würde bedeuten, dass das hier nicht die A ist, das wissen wir aktuell nicht, sondern die Welle 2 würde bedeuten, wir hätten die Welle 3 hier und die Welle 2, die wir hier unten eigentlich primär erwarten, würde dann kein neues Tief geben. Das wissen wir erst, wenn wir hier entweder eine Reaktion gesehen haben und runterkommen oder hier direkt durchgeschlagen sind und dann weiter hochgehen, dann wissen wir wirklich, mit was wir zu tun haben. Aber hier einfach mal darauf eingehend, wir sind hier damals short gegangen, runter in die A und haben dann rein an Kursgewinn von der Unterkante des Zielbereiches knapp 15% gemacht. Nächster Wert, den wir uns anschauen, ist Palo Alto Networks. Hier bei Palantir und bei Oracle sind wir gerade in der Zielzone, die werden nicht gezeigt, das sind aktive Trades. Also Palo Alto Networks, so hier haben wir den Chart, Ticker PANW, ähnliches Beispiel wie zuvor gerade eben gezeigt. Auch hier haben wir gesagt, okay, wir gehen davon aus, in der 1 hier oben kommen die 2 runter, das haben wir hier geshortet. Wenn ich es anschauen möchte, es war etwas weniger, waren ungefähr 8%. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier den 5-Teiler ausbauen, um hier oben, ich ziehe das mal zur Seite, die 1 zu kompletieren. Also 1 in die 2 runter, jetzt sind wir gerade in der 3, sollte die höchste Ausdehnung haben. Dann nochmal eine kurze Gegenbewegung von 3 auf 4, um dann hier die große 1 abzuschließen. Auch da werden wir dann die nächsten Tage mehr geben. Ich meine, sonst sind wir in Palo Alto Networks, müsste ich gerade mal schauen, sind wir da investiert aktuell gerade mit unseren eigenen Positionen? Nein, Palo Alto halten wir gerade nicht. Sie sehen hier die eigenen Positionen, die wir hier mit dem Positionsmanagement, das wir selbst führen, auch unserem eigenen Geld, wo wir hier investiert sind, gerade die Aufstellung haben. So, als nächstes schauen wir uns an Qualcomm und Salesforce. Qualcomm hat den Ticker QCOM, das ist Qualcomm Incorporated. Ja, wir gehen davon aus, dass wir hier von hier aus die Aufwärtsbewegung starten. Wir haben das Ganze so nicht vollendet. Wir sind hier rausgefallen auf der anderen Seite. Auch hier ganz klar gezeigt, über 1%, ja, deutlich. Und sind hier ausgestoppt worden. Somit ist das ein Fehlschlag gewesen, ein Fehltreffer, das war nicht korrekt. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier die Abwärtsbewegung beendet haben und wahrscheinlich hier hochkommen. Aktuell abwarten und gar nichts machen bei Qualcomm. Dann als nächstes schauen wir uns Salesforce an. Das hat den Ticker CRM. Ja, ähnliches Beispiel. Bei Salesforce ist es wirklich, ja, also man sollte das ja immer unemotional nehmen am Markt. Aber das ist schade, wenn ich mir erlauben darf, das mal mit einer Emotion auszudrücken. Und ich sage Ihnen warum. Wir haben gesagt, Salesforce kommt in diese Zone rein, dreht von dort und dreht dann nach unten. Das ist ganz offensichtlich nicht passiert. Wir lagen hier also falsch bei Salesforce. Okay. Um es hier zu zeigen, Sie können es ja auch ganz klar sehen. Da waren wir noch nicht ausgestoppt, aber spätestens hier. So. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Diese Zone hier oben wird die Zone sein, wo der Markt, nachdem er hier weiter hochgekommen ist, dreht und von dort aus abverkaufen. Und jetzt schauen Sie sich das Ganze mal an, wenn ich das jetzt hier auseinanderziehe. Wir haben das um Millimeter verpasst, also den Short-Einstieg bei 231 Dollar. Da haben wir eine genaue Angabe gemacht. 61,8er Fibonacci. Wenn wir uns das anschauen. Es waren 0,43 Cent. Entschuldigung, 43 Cent und 0,19 Prozent. Dann hätte dieser Short gegriffen und der Markt hat perfekt darauf reagiert. Er ist direkt im Anschluss, im Tief, um 10 Prozent gefallen und ist jetzt aktuell immer noch seitdem um knapp 10 Prozent gefallen. Aber das haben wir verpasst hier. Passiert einfach. Können wir nichts machen. Manchmal ist es eben wirklich Millimeterarbeit und der Kurs hat es nicht ganz angelaufen. Und jetzt drehen wir hier nach unten. Deswegen sagte ich, schade gerade. So, und letzter Wert, den wir uns noch anschauen wollen. Auch ein sehr beliebter Wert. Das ist Tesla hier. Tesla, die Situation wie folgt. Hat sehr gut funktioniert. Da hatten wir hier eine Zielzone hinterlegt am 27. April. Der Markt kam rein. Hat perfekt reagiert darauf. Läuft seitdem richtig schön hoch. Da haben wir jetzt noch eine Alternative. Die habe ich Ihnen jetzt gerade extra mal drängen gelassen, dass Sie das noch sehen. Die zählt jetzt natürlich nicht mehr. So, jetzt hat es mir gerade meinen Chart verhagelt. Der ist gelöscht. Ich habe hier aber noch den langfristigen Trend. Soll kein Problem sein. So, das ist langfristig, was wir hier erwarten. Da hat ja auch erst das Phantom in unserem Zweitkanal. Phantom bei HKCM kann ich übrigens nur empfehlen. Der macht auch Aktienanalysen. Hat hier erst ganz klar für Tesla geworben. Und gesagt, jetzt ist noch die Chance einzusteigen. Und haben wir es gesehen. Jetzt hier kamen wir richtig schön hoch. Ja, und langfristig massives Potenzial bei der Tesla-Aktie. Da werden wir auch weitere Einstiege planen, vornehmen, als auch weitere Einstiegsbereiche hier herausgeben an die Abonnenten, um dies nutzen zu können. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, abschließend. Sie sehen es schon, gesamt in den letzten zwei Monaten war nicht so viel los. Hatten wir insgesamt zehn aktive Trades. Davon sechs getroffen. Vier daneben. Und vier stehen wir aktuell drin. Das ist, wenn Sie so wollen, der schlechteste Monat, den wir jetzt aktuell hatten. Oder die schlechtesten zwei Monatskombinationen mit 60% Trefferquote. Insgesamt kumuliert auf das Gesamtjahr. Wenn man sich das hier anschaut, stehen wir hier deutlich höher. Bei 76,92. Also bei knapp 77%. Ja, und auch da, das zeigt immer wieder, es gibt Monate, da geht die Trefferquote mal etwas schlechter. Also es hat mehr Fehlschläge und dann gibt es welche, da läuft es etwas besser. Das hier aber, wie ich meine, ganz Transparenz gezeigt. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen einen echten Mehrwert gegeben, heute mal einige Titel durchzugehen. Lassen Sie dem Video gerne ein Like da. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke. Danke.